Du bist stark und mächtig geworden, genau wie ich erwartet habe. Meister. Glaubst du, du bist der Auserwählte? Woher soll ich das wissen? Ich kann dir sagen, was ich glaube. Ich glaube, du bringst die Macht ins Gleichgewicht. Du stellst dich deinen Dämonen und rettest das Universum. Und dieses Wesen der dunklen Seite soll ich gehen oder bleiben und es töten? Weder noch. Suche tiefer. Du findest einen anderen Weg. Ich verstehe nicht. Nicht weit von hier ist ein Ort, an dem die dunkle Seite der Macht regiert. Begib dich dorthin. Um den Sohn zu töten? Denk an deine Ausbildung, Anakin. Vertraue deinem Instinkt. Meister. Meister!